ja hallo leute und damit willkommen zurück zu creative simon und zu einem only one command block video der etwas anderen art denn benedikt heuer hatte sich mal hero brian gewünscht hero brian ist ein mythos eine legende doch ich habe ihn erschaffen zumindest in diesem fall mit einem command block und den bekommen wir wie immer mit slash gif unserem username unter command block mit rechtsklick platzierte den und mit steuerung v fügt ihr dann hier den command aus der video beschreibung ein klickt einmal auf mich zuerst und wenn ihr bereit seid klickt ihr auf dann was war das habt ihr das mitbekommen die musik ist gerade verstummt als ich diese box hier reingespawnt habe have fun nun gut dann muss ich jetzt die zeit rum bekommen denn ich weiß ja was passiert und ich rate euch stellt eure kopfhörer leiser wirklich was passieren wird seht ihr nun in wenigen sekunden oder gar minuten ich will euch nicht verraten aber da war er und wenn ihr nicht wollte dass er erneut kommt klickt ihr auf have fun und schon ist diese box weg und die musik ist wieder da ja ein sehr simpler command der mich tatsächlich selbst auch wieder erschreckt die zeit in der kommt denn er kommt in intervallen zu zufälligen spielern das heißt wenn ihr auf einem server spielt kommt er nach einer gewissen zeit zu einem spieler zum beispiel jetzt mir und danach kommt er zum beispiel zu einem freund von mir oder zu einem freund von euch es ist zufällig mit er also random player und das finde ich ist eine nette sache daran und er kommt natürlich nicht nach so einer kleinen zeit die habe ich jetzt wenn ihr den command euch holt natürlich höher gestellt doch ihr wisst es natürlich selber nicht aber wann er erscheint dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einen kreativen daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auch ein abo und dann sehen wir uns im nächsten video